mein freunde was geht ab herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute ist der tag den sich viele von euch gewünscht haben und zwar bin ich gerade unterwegs zu meinem allerersten abo treffen ja weil es alles so kurzfristig umgesetzt weil das wetter ist zur zeit der sehr launisch und ja ich habe halt gesehen dieses wochenende soll es ziemlich gut werden deswegen habe ich jetzt spontan so ein treffen veranstaltet da bin ich auf jeden fall gespannt wie viele leute da gleich auftauchen nicht dass nicht dass ich das abo treffen gleich alleine machen werde junge 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 ha ja sind ja doch leute gekommen wer hätte das gedacht so wir machen einen kleinen absteiger durch die city erstmal den leuten hier ein bisschen unsere stadt zeigen unser kleines dörfchen unsere fels so freunde die city haben wir durch jetzt fahren wir nach martfeld zu stevens noch ein bisschen was trinken was essen ich hoffe nur dass das wetter mitspielt weil irgendwie wird das immer dunkler und und windiger hoffen wir dass es nicht anfängt zu regnen habe ich übrigens schon erwähnt dass ich es hasse ganz vorne zu fahren so und da sind wir auch schon so ein bisschen was gemacht was getrunken wir fahren jetzt wieder zurück nach bremen bisschen noch an die schlachte nochmal ein kühles blondes zischen der eine kollege hat uns gerade verlassen ist schon wieder auf weg nach hause der hat noch eine lange tour vor sich um die 250 kilometer dank auf jeden fall dass du da warst so 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 dann gucken wir mal ob wir hier einen platz bekommen so 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 Ja Freunde, das war das erste Abo-Treffen Hat mich echt überrascht, dass da auch so viele gekommen sind Eigentlich habe ich mit weniger Leuten gerechnet Vor allem, weil das ja so spontan geplant war Haben sich ja doch ein paar Leute zusammengefunden War auf jeden Fall ein geiles Treffen Danke auf jeden Fall für die Leute, die da waren Ich versuche natürlich, das nächste Treffen nicht so spontan zu gestalten Und etwas voraus zu planen Hoffen natürlich, dass es nächstes Mal noch ein paar mehr Leute werden Ja Freunde, wenn euch das Video gefallen hat Lasst euch gerne ein Like da Abonniert gerne den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video Leute Haut rein und viel Spaß, ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!